Mit ArialPlus aus dem Rundplanungs-Junnel Mit 182 Befragungen, 12 Experte-Interviews und unzähligen Stunden Auswertung konnten drei wegewiesende Stossrichtungen entwickelt werden, die die Grundlage für die Weiterentwicklung von ArialPlus liegen. Wurden Sie jetzt auf das Team Kantone St. Gallen und Schwyz und erlachen Sie gemeinsam mit uns die Spitze. Ihre Stimme zählt, jetzt für das Team Nummer 4, Kantone St. Gallen und Schwyz.